RTDE Podcast, die Nachricht. LMU-Statistika, keine Corona-Übersterblichkeit, deutsche Datenqualität, einzige Katastrophe. Übersterblichkeit oder nicht? Kaum eine Frage ist für das Corona-Geschehen 2020 entscheidender. Der Statistiker Göran Kauermann kritisiert den allzu laxen Umgang mit den entsprechenden Zahlen. Eine Übersterblichkeit geben die Zahlen laut dem Experten nicht her. Sie gilt als ultimativer Nachweis für den mutmaßlich verheerenden Verlauf der ausgerufenen Covid-19-Pandemie auch in Deutschland. Die sogenannte Übersterblichkeit. Der Begriff ist aus der Corona-Debatte längst nicht mehr wegzudenken und hängt wie ein unsichtbares Damoklesschwert über der Bevölkerung. Und es mangelt nicht an Schlagzeilen, die den Zusammenhang zwischen Covid-19 und einer signifikant erhöhten Anzahl an Todesfällen herstellen. So hieß es etwa bei der Zeit am 11. Dezember alarmistisch, Zitat, Übersterblichkeit durch Corona, alle drei Minuten ein Toter. Zitat Ende. Doch bei genauerer Betrachtung ist der Sachverhalt für das Corona-Jahr alles andere als eindeutig. Laut dem Statistischen Bundesamt beläuft sich die Gesamtzahl der 2020 in Deutschland verstorbenen Menschen auf 982.439 und das bei einer Gesamtbevölkerung von rund 83,25 Millionen Menschen. Das wiederum entspricht laut Statistischem Bundesamt rund 48.000 Verstorbenen mehr als etwa für die Jahre 2016 bis 2019. Aha, da ist sie also, die Corona-Übersterblichkeit. Ganz so einfach sollte man es sich nach Ansicht des Statistikers Göran Kauermann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, LMU, nicht machen. Eines stellt der Statistiker und LMU-Professor im Interview mit der Welt direkt zu Beginn unmissverständlich klar. Zitat Ende. Mit seiner statistisch fundierten Einschätzung schließt sich Kauermann einer Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck an, die dieser bereits im Frühjahr 2020 tätigte und wonach es bis Ende des Jahres aufgrund von Covid-19 wohl keine Übersterblichkeit geben werde. An der LMU leitet Kauermann die Covid-19 Data Analysis Group, deren Aufgabe es ist, mit ihrem wissenschaftlichen Know-how und ihrer statistischen Expertise zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie beizutragen. Eine grundlegende Ursache, die zu verzerrenden Zahleninterpretationen führe, sei die mangelnde Berücksichtigung des demografischen Faktors, so Kauermann. So gelte es auch beim Vergleich der Sterblichkeit von 2020, die Altersstruktur der Bevölkerung zu berücksichtigen. Zitat. Sie müssen wissen, dass der Jahrgang 1940, also der heute 80-Jährigen, besonders geburtenstark war. Das wirkt sich natürlich auf die Sterbezahlen aus. Zitat Ende. Wie der Statistiker im Weltinterview erläutert, sei der Jahrgang 1940 besonders geburtenstark gewesen, was sich selbstverständlich nun auch in der Sterbestatistik niederschlage, beziehungsweise die Anzahl der Verstorbenen ohnehin nach oben treibe. Im Jahr 2020 sei daher mit knapp 41.000 zusätzlichen Verstorbenen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 zu rechnen gewesen. Zitat Ende. Bereits Mitte Dezember erklärte Kauermann anhand von statistischen Modellen, dass etwas mehr Menschen über 80 Jahre gestorben sind als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das gelte jedoch nicht für die Jahrgänge der 35- bis 59-Jährigen. Dort sei statistisch sogar eine Untersterblichkeit auszumachen. Zitat Ende. Und in der Alterskategorie 35-59 haben wir eine Untersterblichkeit. Zitat Ende. Dies sei jedoch schlicht damit zu begründen, dass aufgrund der Corona-Einschränkungen etwa weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben kämen. Auch im aktuellen Interview geht Kauermann auf das entsprechende Phänomen ein. Zitat. Wie Kauermann erläutert, müsse bei der Frage nach einer vermeintlichen Übersterblichkeit auch ein weiterer Effekt berücksichtigt werden. Zitat Ende. Deutliche Kritik übt Kauermann an den ohne einordnende Informationen als Rohdaten vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbefallzahlen. Das Amt selbst sieht den Sachverhalten naturgemäß anders. Es sei schlicht noch zu früh, um in Sachen Übersterblichkeit für das gesamte Jahr 2020 fundierter Aussagen tätigen zu können. Auch das täglich erwähnte Robert-Koch-Institut, RKI, kommt bei dem LMU-Statistika alles andere als gut weg. So gehe man im Rahmen der eigenen mathematischen Berechnungen gerne auf Berichte ein, dass Covid-19 vermeintlich immer mehr junge Menschen heimsuche. Zitat. Doch zu Intensivpatienten gibt es keine Altersangaben. Das gleiche gilt für die Mutanten oder das Testgeschehen. Zitat Ende. Angesichts der Datenqualität des Robert-Koch-Instituts, RKI, sei er, eher skeptisch, ob wir irgendwann zu aussagekräftigen Analysen kommen. Auch darüber hinaus gibt es für das RKI Schelte von Kauermann. So sei die Tatsache, dass die sogenannten Infektionszahlen bei Senioren trotz Lockdown nach oben schossen, durch eine andere und einfach zu erstellende Visualisierung darstellbar gewesen. Die verwirrende Darstellung des RKI habe dies jedoch verhindert. Zitat Ende. Das war der RTDE Podcast.